jo leute hier ist der gusua ja ihr habt natürlich wieder eine runde coc verdient ich bin gerade im boost und ja ich habe mir so ein bisschen als ziel gesetzt sage ich jetzt mal als nächsten bereich sage ich mal dass ich halt den bowler upgrade weil ich die truppe halt echt mega mega nice finde jetzt gucken wir mal wie es hier ausschaut waren das ich glaube das waren siebeneinhalb millionen blödsinn siebeneinhalb millionen für den magier ich möchte mich auch die magier upgraden ja egal egal ich will die magier upgraden weil eigentlich wollte ich die bowler upgraden aber wenn ich jetzt den magiern so nahe bin muss ich echt überlegen ob ich jetzt irgendwas anderes für das für das elix mache ich bin so unentschlossen scheiße sagt man nicht ich weiß ja ist halt tricky ist halt tricky wir machen einfach erstmal angriff mal gucken hier ob hier reingehauen wird oder nicht der ist nett der ist nett zumal ich hier richtig richtig gut rein komme der sagt mir ja förmlich hallo kein off single passt also auch dann hier von hier rein und dann sollte das ohne probleme was werden mit der quetschwurst so jetzt können wir 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 und 1 2 1 2 ich hatte beim letzten angriff den habt ihr gar nicht gesehen da habe ich zu viele heiler mit bei gehabt und das hat gar nichts gebracht ah schade einen zu viel da gedroppt aber egal so jetzt hier king und queen rein damit mal gucken was wir in der cb haben und hier auch gleich ein rage dass die halt ein rage bitte wäre nett ganz genau dass wir halt hier schön reinkommen so queen ist da für alles was mit luft zu tun hat hier können wir denke ich noch ein heel droppen ich hoffe dass es nicht komplett daneben das war noch außerhalb des bereichs vom vom inferno glaube ich das sollte also passen die riesen schnell noch rein kriegen wir es noch hin hier ich rage die jetzt also beziehungsweise mache einfach mal die ability rathaus ist down draußen rennen die bowler rum das passt aber ohne hier also beziehungsweise halt ohne die healer ohne die heiler und ja bleibt bitte nicht im inferno radio stehen das wäre schade weil so würde ich nämlich sogar noch 50 prozent bekommen das wäre ziemlich cool ja der der heiler hier wird noch richtig gerüstet das war's wohl ich kann mit meinen paar mauerbrechern hier nichts mehr reißen schade das ist ein bisschen blöd gelaufen nebenbei wo wir hier jetzt mikrofon her wo wir jetzt gerade dabei sind ich bin ja gerade noch am ausbilden der ganzen geschichte hier kann ich ja natürlich gerne mal zu dem kommentare beantworten kommen und zwar geht es darum weil ich ja wie gesagt nicht mehr so viel schreiben kann möchte wie auch immer also es ist ja wirklich so ich stehe halt da zwiespalt ich will natürlich gerne mit euch schreiben aber wie gesagt wenn mir google dann den riegel vorschiebt und sagt gut okay dann sperren werde ich halt da habe ich halt null bock drauf im hintergrund sind sogar ein paar milchschnitten richtig das ist korrekt gewesen die habe ich an diesem tag verputzt ja product placement war es wohl glaube ich eher nicht zu den kommentaren da hast du zum glück glaube ein paar abonnenten die viel mit beantworten das ist vollkommen richtig justus justus julius vollkommen richtig und das finde ich auch mega nice also wirklich ich merke das immer wieder dass ich halt wirklich relativ wenig selber beschreiben muss oder erklären muss oder beantworten muss weil es halt wirklich qualitativ gut von anderen beantwortet wird schon also das ist wirklich so da kann man sich eigentlich auf die community gut verlassen auf jeden fall so wo hast du das t-shirt her suche schon länger danach china kinderarbeit will ich jetzt ganz ehrlich nicht abstreiten ja wie ging das lied hier mit den meinen neuen sneakers kinderarbeit kinderarbeit leider geil indien händel kinderarbeit irgendwie sowas ja egal ja dass das das kann wirklich sein also will ich nicht abstreiten ja wie gesagt zu den zu den t-shirts und so weiter und so fort kommt noch mal explizit ein anderes video weil ich gemerkt habe dass einfach super 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 viele danach fragen und sagen ja wir wollen auch wie geht das warum hast du so eine geilen shirts und so weiter und so fort ja zeige ich euch wird gemacht auf jeden fall den hier den müssten wir aber zumindest kriegen können ich mache das einfach mal so ich probiere das mal paar mauerbrecher Junge hier sind wir Da waren riesen drin richtig ja passt Ihr helden dürft auch gerne jetzt reingehen das wäre ja gar nicht so verkehrt glaube ich So hier noch mal in rage gedroppt Ich denke die queen müsste noch ein bisschen weiter wie krass geht der bowler ab Junge der kriegt ja richtig auf den sack Ja queen regelt hier ich würde halt gern noch ein two star kriegen auf jeden fall wäre halt ziemlich nice Ja du hättest ja okay nee obwohl brauche ich gar nicht rummeckern ist natürlich cool so wie es jetzt momentan läuft dass das hier nicht so Ich gucke mal dass schon mal ein bisschen was abbekommen hier Queen jetzt im ability zünden auf jeden fall und dann schnellen rage dass das hier noch ein bisschen Faster geht 42 prozent na ich denke mal das wird nichts weil jetzt wird natürlich nicht geheilt und jetzt wird Geröstet mein queenchen aber immerhin immerhin passt Dafür dass ich den den vierten earthquake nicht hatte ist es vollkommen okay und dann wird jetzt noch mal Die zeit ein bisschen genutzt um noch mal ein paar sachen zu beantworten ja wie gesagt mit den t-shirts ja Du warst mal cool aber jetzt nicht mehr Wie gesagt das ist auch Gar nicht weiter wild das das ist eben nicht so jonas hat halt nicht geschrieben ey du bist ein dummer Hurensohn ja sondern einfach okay Er ihm gefällt halt mein stil nicht mehr oder wie auch immer oder er interessiert sich nicht mehr für coc und schreibt hat rein ey pass auf Ich kann halt da nicht mehr so viel mit anfangen dann ist das vollkommen Ordnung jonas entweder halt für dich der tipp entweder halt wirklich einfach die abo ganz klar weil dann bist du halt kein inaktiver abonnent Oder du sagst hier gut okay kommen hier geben wir ihm noch eine chance lassen wir noch mal ein bisschen Mitlaufen und und fertig die sachen sind da das ist vollkommen in ordnung Also äh emine finde ich aber auch nicht schlimm dass sie geschrieben hat und du also das ist jetzt auch nicht Kein wer weiß wie anstacheln und äh nicht nicht so richtig hardcore und von daher passt das alles äh Stamm fabian schreibt äh guso können wir mal zusammen in hamburg pokémon spielen ja klar das ist nicht das thema ihr dürft gerne mit mir zusammen pokémon spielen Und wie gesagt ich sag es immer wieder Ich bin nur ein normaler mensch also Wenn ihr mich mal in hamburg oder in flensburg oder auf der gamescom oder was auch immer wenn ihr mich seht Sprecht mich einfach an es ist nicht so da und wenn ihr den falschen angesprochen habt weil ihr denkt Oh, yeah hier rennt der guso rum direkt so ein swagger boy Und er war's dann halt nicht naja und dann habt da einen menschen angesprochen der halt aussieht wie der guso und fertig Also wen interessiert es vollkommen egal Ähm Ist halt einfach so also so eine sachen Äh man muss sich halt auch im leben was trauen also von daher ich habe jetzt zum beispiel vor kurzem erst wieder bernhard huecker gesehen So Habe ich ihn grüßt er hat zurückgegrüßt alles war chillig ja also das ist easy oder äh fernander brendau ist mir auch gerade mal wieder über den weg gelaufen Sagt mal hallo und und gut ist also das tut nicht weh Also ähm von von daher ist das alles ganz 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 gechillt Und so muss das sein also wie gesagt ich bin da nur ein ganz normaler mensch wie jeder andere auch Sprecht mich an fertig oder kann ich ein autogramm haben ach so apropos autogramme Das wäre eventuell noch eine möglichkeit wegen gamescom halt dass ich Mir einfach visitenkarten also einfach visitenkarten auch nicht nicht ausdrucken sondern eben machen lasse Was sich 500 oder so hat da muss man ja nicht irgendwie 70.000 haben weil Sind wir realistisch so viel subs habe ich nur auch nicht aber dass man halt ein bisschen was hat Dass ihr nicht irgendwie auf einem kleinen zettel papier irgendwie so eine unterschrift bekommt Sondern dass sich das so ein bisschen schöner Das ist einfach man hat was ordentliches in der hand Da würde ich noch mal gucken dass ich das irgendwie auf der reihe ich schreibe mir das mal kurz auf So dass das einfach ein bisschen mehr wertigkeit sage ich jetzt mal rüberkommt Oh das mit dem mit den kommentaren finde ich total geil Zack nebenbei einfach das nächste Ziemlich geiler scheiß Auf jeden fall Ne so läuft das so läuft das hier klappt das gut Sehr gut sehr gut sehr gut dankeschön Ne ansonsten wir kommen zurück zu der sache hier mit dem pokémon spiel ja Wie gesagt ihr seht mich Im normalfall halt Klar ihr könnt mich natürlich auch während meiner arbeit sehen dann irgendwo in altona Eidl steht Ist es Eidl steht? Ne Eimsbüttel Altona sowas da renne ich meistens rum Und da kann man mich halt sehen wie jetzt zum beispiel beim orkan war ich halt mal und habe seinen telefonanschluss gerissen So herzlichen Glückwunsch kann man ja nicht sagen aber doch herzlichen glückwunsch zu dem anschluss Ne aber Auf jeden fall Ja bin ich da bei ihm so Und Habe ich das beim letzten mal schon gesagt ich weiß es nicht ich glaube nicht Auf jeden fall Bin ich da bei ihm Und Habe natürlich meinen coc shirt an Klar Da Äh Sehe ich so Im augenwinkel wie er coc öffnet und da dachte mir na Na und spreche ihn dann darauf an weil als ich dann am verteiler bin Mit ihm Und Na spielst du auch clash of clans ja 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 und so weiter und so fort Sind wir ins gespräch gekommen war eine ziemlich geile Geschichte Ansonsten ja kommt ihr wollt immer so ein bisschen cw action gucken wir mal was hier so Grundsätzlich ganz gut ging oder nicht gut ging Ja Ja das ist jetzt hier nicht so Alter das will ich aber sehen der zweite hat auf mich Nur 60 prozent gemacht Das ist natürlich geil Sprutal Ja Wie gesagt ihr seht es halt wieder Es ist halt die gute Laune die halt einfach wieder durchkommt Und genau so sage ich immer wieder es muss einfach so sein Man muss sich Einfach Ja die sind leider ein bisschen doof gelaufen War Junge Johnny Oh Verkackt Ähm Ich hab halt irgendwie Keine lust momentan da drauf Oder ich bin zu müde Oder was auch immer Das bringt Nichts Dann Lassen Und fertig Bringt null Das ist natürlich geil dass ich da einfach mal schön Drachen und Luns Ich meine es ist ja nicht so dass ich es nicht gesagt hätte Ähm Mit Drachen und Luns ist eigentlich immer eine ziemlich geile Nummer Ähm Das finde ich ganz gut Also da bin ich immer gut dabei Der Inferno Jetzt ist der Inferno weg Da wird der nächste gefreezed Noch sieht es gar nicht so verkehrt für ihn aus Muss ich jetzt mal sagen Aber guckt mal hier Jetzt Jetzt macht der Inferno halt hier richtig das was er soll Und killt halt richtig hart Das ist natürlich richtig nice Und hier ihr seht es halt wieder Es sind halt einfach 10er Mauern Ihr wisst was ich über 10er Mauern gesagt habe Klar Earthquake und so weiter und so fort Ist das natürlich ganz schön hinfällig teilweise Aber eben nicht immer Und dann macht mein Handy halt auch mal Radau So jetzt Ist die Mauer geknackt Aber es ist halt nicht mehr viel da Guckt mal die Riesen Da ist nichts mehr Da geht nichts mehr Richtig nice Der Warden Und Päckerchen rennt draußen rum Macht noch ein paar Prozentchen Und das war Also da ist halt nicht mehr viel zu holen Der Warden selber macht nicht viel Schaden Da ist halt ganz gechillt hier Klar da probiert er sich noch auf die 60% zu retten Aber das war es dann Da würde ich gerne gerne Ja also sehen wir ja Haben wir ja gesehen 60% war es das dann Irgendwie Und dann ist das schick Oder 62 Oder wie auch immer Ja da hat er dann abgebrochen Beziehungsweise war die Zeit zu Ende Das soll es zu dieser Folge Ach guck Ja nee Das soll es erstmal gewesen sein Haut mal rein Ich wünsche euch was Ihr seid die Besten Haut rein